Heidi Klum – After-Sex-Selfie mit Tom Kaulitz Sie können es einfach nicht lassen! Heidi Klum und Tom Kaulitz sind verknallt wie zwei Tennis, und jeder darf es sehen. Selbst die intimsten Momente teilen die zwei mit der ganzen Welt. Fotografiert sich Heidi Klum hier nach dem Sex? Auf dem neuesten Foto strahlen Heidi Klum und Tom Kaulitz um die Wette. Dein Lächeln ist unwiderstehlich, schwärmt das Model.Beide liegen offenbar im Bett und scheinen nur wenig anzuhaben. Ist das etwa ein After-Sex-Selfie? Das fragen sich jetzt zumindest du Fans. Ist das etwa ein After-Sex-Bild, wundern sie sich. Ein anderer Follower schreibt kurz und knapp, zu privat, Heidi. Doch der dürfte das herzlich egal sein. Heidi Klum und Tom Kaulitz schweden auf Wolke 7. Seit knapp drei Monaten ist die Liebe von Heidi Klum und Tom Kaulitz jetzt offiziell ein Paar. Und so verliebt wie mit dem Tokyo-Hotel-Star hat man die 45-Jährige schon lange nicht gesehen. Kein Wunder also, dass sich bei so viel Liebesglück viele Fans fragen, wann kommen die Hochzeit und die Kinder? Eigentlich verriet Heidi Klum ja vor zwei Jahren, dass sie nicht nochmal heiraten will. Und auch was den Nachwuchs angeht, war sie mit ihren vier Kindern mehr als happy. Aber wer weiß, vielleicht ändert die verliebte Model-Mama ihre Meinung ja doch wieder. Teil davon aboneinander. In der Tatjade aus der Tatjade. Bis zum nächsten Mal.